Die Linke sieht die Herausforderung, die der Klimawandel mit sich bringt, als die entscheidende Überlebensfrage der Menschheit. Wir haben jetzt schon drastische Auswirkungen durch die Klimaveränderung in den Ländern des Südens. Die werden enorm zunehmen. Wir haben uns als oberstes Ziel gesetzt, eine hundertprozentige Umstellung auf erneuerbare Energien. Also wir brauchen eine Änderung des Weltenergiesystems. Das ist die Herausforderung, die wir leisten müssen. Wir glauben aber, dass wir dahin nicht kommen mit den Mechanismen des Marktes. Das unterscheidet uns auch von den anderen Parteien. Wir glauben, dass eine ökologische Politik auch eine antikapitalistische Politik sein muss. Denn mit den Vorstellungen, den Ideologien, mit denen wir in die Krise gekommen sind, kommen wir nicht wieder raus aus der Krise. Da brauchen wir alternative Ansätze solidarisch nachhaltigen Wirtschaftens. Das ist unter den Bedingungen der Profitmaximierung nicht möglich. Und deswegen sagen wir, die ökologische Frage ist auch eine Systemfrage. Und da müssen wir andere Antworten eines alternativen Weltwirtschaftssystems geben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Deshalb ist die Zeit jetzt überreif für eine solare Revolution. Die wollen wir auf den unterschiedlichsten Ebenen entwickeln, sowohl auf internationaler Ebene als auch vor Ort konkret kleine Initiativen unterstützen. Das ist für uns entscheidend. Und ich möchte schließen mit den Worten von Evo Morales, dem bolivianischen Präsidenten, der auf dem Weltsozialforum in Brasilien gesagt hat, retten wir den Planeten vor dem Kapitalismus. Und ich möchte das jetzt über den Planeten vor dem Kapitalismus.